Video aus dem Schwimmparadies. Nachdem unsere Schwimmschule zugemacht hat wegen Corona-Scheiß, haben wir jetzt unsere eigene Schwimmschule aufgemacht. Hier erste Testläufe mit Felix. Die kleine Mops-Maus darf hier schwimmen. Oh, wir fahren Ball. Fass, 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 fass. Hallo Felix. Hier in unserem neuen Olympia-Bad. Der Junge hat auf jeden Fall Spaß. Das ist schon mal sicher. Du machst hier die Umschulung zur Bademeisterin. Schwimmlehrerin und Bademeisterin. Das ist alles. Alles ist balanced. Maus und Mops? Halbücherin und Bademeisterin. Das ist nicht so schlecht. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Nein, das Wasser wird mehr verletzt Oh oh, etwas verletzt Willst du machen? Wir haben einen Ball! So viele Bälle, ne? Vor lauter Freude weiß der Junge nicht wohin. Alles für dich mein Schatz. Alles für dich. Alles für dich. Alles für dich. Hier ist ein Schaf. Hallo! Olympia Bad Sakeo. Wie viel Schatz heute? Ich hab keine Ahnung. Fast 40 Schatz. Irgendwo da. Ist auch hier aber ganz schön heiß hier. So fertig ist sieben Monate ohne eine Woche. So sieht das aus. Sieben Monate, eine Woche. ... und Olympia Bad. Ruhn, Ruhn. Ruhn, Ruhn. Ruhn, Ruhn. Schöne den paar Absatz. Okay, dann haben wir einen Zeitschüß. 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 Felix hat keine Zeit tschüß zu sagen. Tschüssi. Tschau, tschau. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi, tschau. Bis zum nächsten Mal.